Ich bin Matthias Eberle von der Eberle Schreinerei AG und Mitbesitzer und Gründer von MyGarden. Wir haben hier neue Spöhe von der Werkstatt, die wir von Massivholz neu nehmen zum Päckchen verschicken. Und das können Sie nachher nehmen. Hier haben wir ein Anwendungsbeispiel zum Anführen. Entweder im Haus hinein, im Schminne oder draussen im Schminne oder in den Feuerschalen. Sie haben hier zum Beispiel einen Stiefelknecht bestellt, wir haben den verpackt in diesen Spöhen. Umweltfreundlich, etwas Natürliches. Und jetzt machen wir aus diesen, können wir bedenkenlos, können wir mit diesen Anführen. Ich nehme hier etwas raus. Wichtig ist, dass sie luftig sind, nicht zu fest zusammengedrückt. Ich stehe hier in der Mitte hinein, nehme meine Pyramide, oder mein Rechteckchen, nehme ich hier ein Holz. Und dann können sie hier aufschichten. Bei uns ist das auch ein Abfallprodukt, das wir nehmen zum Feuern. Dann können sie zwischen hinein, können sie einmal wieder ein paar nehmen. Dann brennt es nachher wunderschön von oben nach oben. Dann drücken wir hier noch ein wenig hinein. Und jetzt ist wichtig, vorher anzufeuern, nehmen die Schachtel mit diesen Spöen auf die Seite. Nicht, dass die Schachtel nebenan anfangen zu brennen. Jetzt können wir hier schön anfangen auf vier Seiten. Dann können wir anfangen anzufeuern. Wunderbar, wie unser Feuer brennt.